Ich glaube, er spricht nicht den Menschen aus dem Herzen, sondern er benutzt die Dummheit der Menschen, um sie zu manipulieren. Ja, es kommt häufiger vor, als man denkt, dass Politiker die Wahrheit verdrehen. Wenn man jetzt den US-Wahlkampf anschaut, Donald Trump gehört dazu. Ja, Donald Trump ist natürlich ein besonders krasses Beispiel für die Gefahr, dass Demokratie benutzt wird von Demagogen. Was ist ein Demagoge? Ein Demagoge ist jemand, der die Wahrheit verdreht, weil er glaubt. Politischer Erfolg ist nichts weiteres als das Sammeln von Stimmen, egal wofür. Aber die Menschen glauben ihn, er spricht ihnen aus dem Herzen. Ich glaube, er spricht nicht den Menschen aus dem Herzen, sondern er benutzt die Dummheit der Menschen, um sie zu manipulieren. Und das ist überhaupt gar keine demokratische Haltung. Denn Demokratie beruht unter anderem darauf, dass man Tatsachen anerkennt und die Einsicht in Tatsachen befördert. Das ist ja einer der Gründe, warum wir ein ausdifferenziertes gesellschaftliches System haben, in dem Technologie, Wissenschaft, Universität und Schule eine so wichtige Rolle spielen und insbesondere ja auch vom Staat finanziert werden. Ja, aber der Staat speist sich ja aus mündigen Bürgern, die diesen Politiker wählen. Deswegen ist es ja auch eine Aufgabe des Staates, die wir zum Glück mehr oder weniger gut wahrnehmen in unserer Republik, dafür zu sorgen, dass die Bürger Zugang haben zur Bildung. Das ist genau die Aufgabe des Staates, möglichst nach Chancengleichheit auf der Bildungsebene zu suchen. Und zwar nicht einfach nur, weil der Staat so nett ist zu seinen Bürgerinnen und Bürgern, sondern weil es wesentlich dafür ist, dass wir ein solches System wie die Demokratie, eine offene Gesellschaft weiterhaben werden. Das heißt, wenn die US-Bürger jetzt Donald Trump wählen, dann hat die Bildung versagt. Das kann man in der Tat genauso sagen. In den USA ist es viel krasser als bei uns der Fall, dass die Elite-Universitäten, die ja sonst sehr erfolgreich sind, völlig abgespalten sind vom Rest der Gesellschaft. Das heißt, das, was an den sehr guten amerikanischen Universitäten gedacht und erforscht wird, ist gar nicht zugänglich ohne weiteres für den Rest der Gesellschaft. Deswegen kann es zum Beispiel so viele Kreationisten geben, also Menschen, die der Meinung sind, dass der Planet Erde nicht älter als 6000 Jahre ist. Oder auch Menschen, das habe ich oft von Taxifahrern in den USA gehört, die glauben, dass Juden Außerirdische sind. Ja, was ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist ganz klar die, dass man noch mehr Chancengleichheit schafft auf der Ebene der Bildung und politische und wissenschaftliche Aufklärung betreibt. Und wir dürfen die Universitäten nicht vom Rest der Gesellschaft abschotten. Es ist höchst problematisch, dass in Deutschland der Ausdruck Elite-Universität eingeführt wurde zur Verbesserung der Forschung. Warum nennen wir das nicht einfach verbesserte Forschung? Warum das Wort Elite? Vielen Dank.